Hallo, ich bin Jan Sievers und neben mir sitzen Anne Herz und ihr seht Nachtfahrt TV. Ach, wir haben diese kleine Soundmaschine, das ist so ein kleines Ding mit ganz vielen Knöpfchen drauf, wo man so lustige Geräusche einblenden kann, wie zum Beispiel das hier. Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nichts ist, was ist dann Liebe? Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nicht, was ist dann Liebe?